grave der cracker ich konnte blöd jesps ok wir ziehen den Bakterien ab alles klar wo voll abgezogen noch mal voll fett drauf ja jetzt die bakterie geschichte klatsch zu bedanken über leuchtende schleim leuchtende schleim schöne scheiße ich bringe eure armee zum fall K K K K K K Wir sind verraten, Stadte Stadte! Hey, duchebag, schauen wir, wie du möchtest du eine Flamige Pferde! Hu 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 hu! Hu hu hu! Ich bin zerraten! Ah, aus dem Trick! Oh, da ist noch ne Tasche, dass ich noch nicht runtergegangen bin. Ich kriege es noch nicht raus, da sind noch nicht auf. Okay, ich brenne leicht, aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Moment, und... Oh ja, tschacke. Egal, ich habe nur noch halbes Leben, mehr brauche ich nicht. Ich heile mich jetzt eh. Bereich fertig. Letzte Batarang. Ah gut, den Heiler ziehst du erst ab. Dann nachkommt Batarang. Oh, das war aber ein krasser Schlag. Ich bin noch nicht. Jetzt können wir noch mehren Leute einsetzen. Das ist gegen mehreren Leute einsetzt. So, jetzt muss ich glaube ich wieder B sein. Oh nein! Fuck! Was? Nein! Das war jetzt andere Tasten! Ich dachte... Fuck! Ich... Ich dachte, das werden jetzt andere Tasten. Okay, kontern und dann reflektieren. Ja, ja. Ja, ja. Friss Stinkbombe. Frissiii! Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, jetzt meine ich fertig. Guck mal, ich hab den reflektieren Typ. Ja, ja. Ja, ja. Dein Nuggen. Okay, jetzt sind wir die Schaden. Okay, noch einer. Einer. Das wäre jetzt einfach viel zu krass. So, das war die letzte Tat. Oh, he's down. He's down. He's down. Doch, doch. Das ist schon bald vorbei. Vorbei. Ich hab's nicht mehr viel tun. Ich hab's nicht mehr viel tun. Feuer! Und... Feuer! Ja, ja. Das ist gut. Someday I will teach you to do better. Okay. Der Anschein macht keinen Sinn. Dann halt eben die Furzgranate. Furzgranate! Boom, Junge! Das ist gut. Das ist gut. Hör auf die Tür. Before sie wissen was passiert. Hör auf. Ich muss die Schwanz für die letzte Begriffe. Oh, ja. Das ist hier, der neue Kind. Ja, aber für dich. Wolf, geh mal meine Begriffe. Oh, ja. So. Der Wunder hat keine Sch... Ah, schon wieder Schäff. Ich hasse Schäff. Ich hab's nicht fertig. Es ist nicht zu late für dich. Switch Signs. Nein, 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 nein. Ich glaube nur. Ich ziehe dich ab. Ja, das ist das Ding. Da ist es mir. Also das Chef ist einfach halt, dass du immun gegen diese ganze Abziehscheiße bist. Fresst Ratten! Fresst Ratten! Eeeh.... Du bist mit nach Spanky. Du bist mit nach Spanky. Du bist mit nach Spanky. Ja. Fack! Au, 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 au. Au. Das waren viele Anrufe. Princess Kenny. Muss geheilt werden. Dein Stahl gegen mein Batarang. Oh ja. Nimm Kennys magische Titten. Haha. Triss das. Und dann noch den Bogen. Okay, macht so wenig Schaden. Von Kennys ist es scheiße. Oh ja. Red Arang. Oh ja. Flammer. Figi krudo. Ja! Oh. war der macht nicht so viel schein ist ich muss probieren okay ja Er will nicht aufgehen, aber... Jetzt wird er mal fertig. So, jetzt heiße ich mich noch mal ein bisschen. Dein Schwerz, dein elflicher Stahl gegen Feuer, Junge! Booyachucker! Er war zwar aber... Kenny ist heißer. Booyachucker! Boom! 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 Und jetzt noch mal... Komm, der letzte Angriff. Verkackt. Booyach! Booyach! Klingel des Weitläufers. Mal ein Pokémon! Ja, ist der grub da hinten! Beruckt euch! das stimmt zwar behalt die klappe mag zwar kalt und der mache ich auch aber hat schlecht für den guten typen So, jetzt kommt der Buzzfight. Ah, Form macht los das Klo. Inspizieren. So, jetzt fluten und dann... Ja, erstmal kommt das andere Klasse noch. Die Klasse ist immer noch... Äh, wie will denn... Ich finde, will noch was passiert. Lemmy Wings, da siehste. Haben wir direkt einen neuen Freund. Lemmy Wings. So, und jetzt... geht's ab. Okay, der finale Angreif. Der Stich ist nicht mit einem schwarzen, rassistischen Lied. Okay, Kyle. Du hast es verdammt. Geh' bitte und schick' den Arsch, douchebag. Neukid? Cartman benutzt dich. Kannst du dich sehen? Er ist ein Manipulator. Du bist nur stolz, weil der Neukid mich als Freund über dich wählt, Kyle. Du hast eine letzte Chance, Neukid. Schau' an und kämpf' den Cartman. Mach' die richtige Sache. Geh' ihn nicht, Neukid. Attach' ihn! Jetzt! Schau' ihn auf! Es ist nicht ich, die du kämpf'n. Es ist ihm! Noch einmal entscheiden. Cartman oder Kyle. Hm, wer hat's mit Texten? Das tut mir leid, Kyle. Und auch er ist der Chef. Mal sehen, ob du auch gegen Magie unverwundbar bist. Immun, okay. Aber wenigstens hat er ein bisschen Schaden bekommen. Oh, nein! Das macht keinen Sinn. Das weiß ich jetzt schon. Ich drück' wie verrückt. Also... Das kann man jetzt hier nicht gut hören, weil... Ich mach' das mir ja grad nach. Ich spreche aus dem Off raus. Aber... Das geht einfach nicht. Ich... Das hört man zwar nicht jetzt hier, aber... Ich hab' wie wild auf die Tastatur... Also... Auf das Gamepad gedrückt. Ich hab' doch mit der Tastatur versucht. Beides. Wie verrückt. Es klappt einfach nicht. Egal wie ich mich anstreng' ich drück' Ich hämmer da richtig drauf. Mit zwei Fingern. Mit einem Finger. Mit der ganzen Hand. Mit ein bisschen Fuß. Egal ob ich das... Mit Gamepad oder Tastatur mache. Es klappt einfach nicht. Es ist... Es ist einfach quasi nur... Warte das so lange, bis meine Finger wund werden. Und dann... Muss man's einfach zu... Durchlassen. Also zulassen. Ich muss mich jetzt... Quasi jetzt die ganze Zeit heilen. Er macht die ganze Zeit diese scheiß Attacke. Hey! What the hell are you doing? Ich heile mich. Ich heile mich. Oh! Ich heile mich. Wir nehmen jetzt einen Gehebrett? So, das war blöd von mir, weil er ja eigentlich die Mun dagegen ist. Ich muss mit Blutung schaden machen. So, jetzt wir das noch mal machen und... Das hat kein Sinn. Ich kenne das quasi jetzt grad überspringen. rüberspringen zweimal angriff ist da so feuer so feuer i sum in the wind you son of a bitch Ahaha! Ja ja ja! You're about to get blown! noch mal kurz heilen und mäuschen oh man, der nervt scheiß drauf hau ich mal auf die Fräse 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 nein oh nein Clyde greetings humans and drowelves of Zauron Clyde he took the stick while you've all been busy fighting amongst yourselves I have built the kingdom beyond your comprehension I prayed for a way to destroy you all and the solution came crashing down from the heavens oh no, it's more of that green stuff with what I have found I shall raise an army of the dead I shall raise an army of the dead I shall raise an entire army of darkness and kill the earth Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time and now he's all pissed off So you see, fools I control the stick Clyde, do you want a sandwich? Not now, dad Im making a ruler of darkness' video Who ever controls the stick controls the universe Und mein erstes Faktor ist, dass ich denunzieren und den Umgang der Mensch und den Elf der König und den Gehörigen und den Königinnen und den König und die König und den König und den König und den König. Ha 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 ha! Motherfucker! Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Oh ha! Shit! Come and get it, losers! Ha 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 ha! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not! Yeah, you are, asshole! Army of darkness, defend the fortress! Oh, oh, der hat viele Freunde. All diese Vampir-Kinder. Nein, Craig! Craig, du bist auf meinem Seite! Du hast mehr Aufmerksamkeit, der Sticks hat gesagt. Das kann nicht passieren. Verdammt, ich habe Aufmerksamkeit! Ich liebe meine Aufmerksamkeit. Ich möchte dich in meine Fortress of Darkness. Aber ich bin Angst, du bist zu spät. Zu spät? Was bedeutet, du bist zu spät? Da bist du, Butters! Du wissen, was das ist, Herr? Das ist weit nach deinem Zeitpunkt. Oh shit, es ist nach deinem Zeitpunkt? Ich bin nicht aus als zu spät. Ha 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 Clyde, es ist nach deinem Zeitpunkt. Ha 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 ha. Oh, fuck. Jetzt müssen wir auch ins Bett. Shit, der Clyde, der hat uns alle an der Nase umgeführt. Wie ist das? Oh... Da können wir auch noch durch. Okay, dann werden wir morgen da durchgehen. Morgen hören wir uns den Geheimweg. Und anschauen. Ich werde jetzt mal schlafen. Bist du ganz müde? Ja, das halte ich von dem Hauserrest. So, dann werden wir kurz ins Bett gehen. Aber halt. Feuer, Trashon, ja. Duschen. Oh, mit dem Schmerz. Und es brennt immer noch. Gute Qualität, diese. Okay, dann ab ins Bettchen. Ja, gute Nacht, Leute. Was wird Duschbeck nun diese Nacht widerfahren? Wird er wieder ein Abenteuer bestehen müssen, das über seine Forschungskraft hinausgeht? Und was werden die Elfen und die Menschen gegen Kleidsverrat unternehmen? Ist der Stab dabei nun für immer verloren? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank.